Hallo und herzlich willkommen zur Late Nerd Show Nummer, keine Ahnung, ist ja auch egal. Da Meirin leider krank ist und sich hier die Bücher, Comics und Rollenspiele stapeln, habe ich kurzerhand die Gelegenheit ergriffen und das Ganze an mich ehrlich wurde gebeten das zu machen. Heute haben wir glaube ich zwei Comics und ein DSA-Abenteuer, vier Rundsflüstern aus dem Spüterdämmerungsgedöns und ein Messeffekt-Comic. und ein Comic von Stephen King. Ich wusste nicht, dass der Junge auch zeichnen kann, aber anscheinend recht gut. Fangen wir mit vier Rundsflüstern an. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber ich denke, das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Es hat auf jeden Fall schon mal sechs Seiten vorne, hinten, oben, unten, rechts, links. Spielt in Aventurien, wie wir das schon kennen. Einband sehr hübsch mit drei Orks, wie ich meine. Innen drin wie immer schwarz-weiß gehalten. Fierunsflüstern von Jens Ullrich ist der neueste Teil der Splitterdämmerung, also des losen Zyklus von Abenteuern, die sich um das Ende der Heptarchien drehen. In diesem Band soll Glorana, die Eishexe, die jahrelang einen tödlichen Winterschleier über den Norden Aventuriens legte, abgesägt werden. Oder auch nicht. In jedem Fall, Achtung, Spoiler, auf Metaplot-Ebene. Das Konzept von Fierunsflüstern ist ungewöhnlich und ich muss gleich vorweg sagen, wir finden es im Grunde super und halten es für die größte Stärke des Abenteuers. Wer das also schon anders sieht, braucht gar nicht weiter zu schauen. Die Kampagne ist in zehn Kapitel unterteilt, von denen fünf von menschlichen, sehr hochstufigen Helden gespielt werden und fünf von Ork-Helden, die letztlich im Auftrag ihrer Anführer gegen die Eishexe Glorana ziehen. Die Ork-Helden werden mitgeliefert, natürlich kann man auch eigene spielen. Der größte Reiz des Abenteuers entsteht durch den Perspektivwechsel. Oft bricht das Kapitel an einer spannenden Stelle ab und es wird zur anderen Gruppe gesprungen. Der Meister kann das am Spieltisch natürlich noch weiter treiben. Ein in Romanen althergebrachtes Mittel, um Spannung zu erzeugen, das im Pen & Paper sonst viel zu selten genutzt werden kann. Immer wieder erleben beide Parteien gleiche Szenarien zeitversetzt und aus unterschiedlichen Perspektiven und die Handlung der Orks beeinflusst die Situation bei den Menschen und umgekehrt. Ein ziemlich geniales Konzept finden jedenfalls wir. Nun aber zur Handlung selbst, die da nicht ganz mithalten kann. Als Orks spielen wir zunächst einen Angriff auf die Grenze Weidens, der weitgehend scheitert, aber einige hohe Tiere unter den Schwarzpelzen in der Meinung bestärkt, man solle sich doch mal nach Osten wenden und Glorana den Nagrach später abnehmen. Die Spieler-Orks begleiten also einen Feldzug gegen Glorania und stehen dabei als Vertraute eines Tairach-Schamanen immer wieder im Zentrum des Geschehens, bis sie dann wirklich das Schloss der Eishexe erstürmen dürfen. Zwar wechselt sich im Grunde vor allem immer wieder Reise mit Kampf ab, dennoch sind auch viele Szenen mit guten Rollenspielansätzen eingestreut und allein schon die Möglichkeit, das altbekannte Aventurien aus der Sicht eines Orks neu zu entdecken, wird hier endlich mal genutzt und vieles plastisch beschrieben. Das ist so interessant, dass man leicht verschmerzen kann, dass weite Teile des Abenteuers sehr linear sind, da die Orks in einem Tross unterwegs sind. Die Elfen des Nordens terraformen den Schwarzpelzen im Zweifel sogar einen leichten Weg durch ihr Gebiet, damit sie sie nur in Ruhe lassen. Die Orks verstehen nun mal nicht, was eigentlich um sie herum vorgeht und sind nur ein Spielball höherer Mächte, zu denen auch Firun gehört, der während des Abenteuers einen der Orks für sich erwählt. All das mögen Faktoren sein, die nicht jedem schmecken, wir finden sie aber stimmungsvoll umgesetzt und dazu noch innovativ. Für die menschliche Seite gilt das leider nicht so, sie läuft sehr langsam an und in der ersten Hälfte des Abenteuers müssen die unbedingt hochstufigen Helden in Walden gegen die Schnitte ermitteln und es gegen die anstürmenden Orks verteidigen. Dabei wird vieles im Detail beschrieben, aber Handlungsmöglichkeiten gibt es erstmal wenige. Erst als die Helden nach dem Angriff der Orks herausfinden müssen, wer die Menschen verraten hat und da bei den Schnittern auf die Spur kommen, entfaltet sich ein gutes Krimi-Abenteuer, das für uns dann aber auch schon den leider zu kurzen Höhepunkt der Menschenseite darstellt. Denn danach gibt's einen seltsamen Bruch. Aus dem Nichts taucht ein Fierung weiter auf und teilt den Spielern mit, dass sie jetzt bitte mal die Bruchstücke für ein Fierung-Artefakt suchen und damit Chlorana plattmachen sollen. Bezug zum vorigen Abenteuer? Keiner. Während bei den Orks die beiden Schauplätze Weiden und Chlorania durchaus sehnlich verwoben sind, ergibt sich bei den Menschen kein Zusammenhang. Man ist plötzlich in einem ganz anderen Abenteuer, als hätte der Autor noch drei Kapitel die Weisung erhalten aus dem Text, ein später Dämmerungsabenteuer zu machen. Die Suche nach den Artefaktteilen ist dann auch der Tiefpunkt der Kampagne. Es werden drei Dinge benötigt, die buchstäblich das Tor zur Bösewichtin öffnen und so die Endschlacht triggern sollen. Das ist schon als Larb-Plot ziemlich faul. Doofe Rituale. Rituale sind dann doof, wenn sie im Plot stehen und von Spielern ausgeführt werden müssen. Meistens wird die Doofheit durch peinliche zu rezitierende Texte oder das Sammeln willkürlich verteilter Ritualgegenstände nicht geschmälert. Am dürfsten sind Rituale, die eine Endschlacht triggern, zum Beispiel indem sie das ansonsten nicht zu entriegelnde Tor zum bösen Lager öffnen. Zudem wird dieser Teil unheimlich schnell abgehandelt. Die Helden brauchen eine Feder des Adlerkönigs, der auf der Adlerspitze thront. Wenn die Helden fliegen können, können sie 6600 Schritt leicht überbrücken. Wenn nicht, dann müssen sie halt klettern. Mehr steht zu diesem Teil des Geschehens nicht da und auch die nachfolgende Reise über Pavi zum Eisschloss wird, gerade verglichen mit dem ausführlichen Einstieg, äußerst knapp abgehandelt. Immer wieder wird auf ältere Publikationen verwiesen, wenn es um Hintergrundinfos geht. Sturmgeboren für Udenberg, die leider auch nicht wirklich gelungenen Erben des Schwarzen Eises-Kampagne für Pavi. Aber in Firons Flüstern erfahren wir über die wichtigsten Schauplätze nur sehr, sehr wenig. Das gilt übrigens auch für den Metaplot. Es wird gewissermaßen vorausgesetzt, dass die Helden Gloraner kennen und sie eher doof finden, beziehungsweise Gründe finden, gegen sie vorzugehen. Denn in diesem Abenteuer tut die Dame rein gar nichts, um die Helden gegen sie aufzubringen. Auch über die kosmologischen Hintergründe wird kein Wort verloren. Das heißt, dass der Menschenpart von Firons Flüster nur als Abschluss einer Kampagne taugt, die idealerweise mit dem gut 15 Jahre alten Sumus Blut beginnt und vielleicht sogar die Erben des Schwarzen Eises Kampagne enthält. Apropos Sumus Blut, in diesem Abenteuer wurde die junge Walbirg von Löwenhaupt als messianische Gestalt aufgebaut, die eines Tages eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Gloraner spielen würde. Tatsächlich tauchte hier auch auf. Wir haben die Szene nachgestellt. Endlich haben wir alle Megafin-Teile zusammen und können die Endschlacht starten. Oh Mist, ich krieg sie nicht zusammengesetzt. Wie geht nochmal ein Knoten? Damit verschwindet sie wieder aus dem Abenteuer und hinterlässt einen Pfeil und Enttäuschung. Dank Pfeil und erneutem Elfen-Terraforming gelangen die Helden in den Palast und können Gloraner umwärmsen, der Splitter geht an die Orks und, mega Spoiler, Gloraner macht es auf die uronische Art und transferiert ihre Seele in den Nagrach-Splitter. Sie will sogar, dass man ihren Leib tötet. Warum sie den Helden dennoch so viel an Magie entgegenwirft, dafür hat auch das Abenteuer keine wirklich gute Erklärung. Die Pforte des Grauens bleibt ebenso bestehen, also haben die Helden eigentlich nicht so hammermäßig viel erreicht. Die halbherzige Einbettung in den bestehenden Kanon, die viel zu wenigen Infos und Hilfestellungen für ein Komplexität-Meister-Mittel-Abenteuer und das Voraussetzten von so viel Eigenleistung und Vorwissen, der uninspirierte Sammel-die-Artefakte-Plot, die Logik-Lücken, all das fällt schon recht negativ ins Gewicht. Am meisten stört aber das unvermittelte Auftauchen des Gloraner-Plots nach der Hälfte des Abenteuers. Es wirkt wirklich fast so, als hätte der Autor ein Schnitter in Weiden-Abenteuer schreiben wollen, dann aber plötzlich die Ansage erhalten, es zum Gloranier-Abenteuer umzubauen. Dazu passt auch, dass die erste Hälfte noch so detailliert beschrieben ist und die zweite nur noch sehr lückenhaft. Fast alle Meisterpersonen im Anhang beschreiben Figuren aus dem ersten Akt. Es wird weniger experimentierfreudigen Gruppen auch die Möglichkeit ans Herz gelegt, nur den Menschenpart zu spielen, sollte ihnen das Org-Spiel nichts zusagen. Das sehen wir aber genau andersrum. Wer auf die Szenenwechsel nicht steht, sollte lieber den wesentlich interessanteren Org-Teil spielen und den Menschenpart weglassen. Idealerweise sollte man Fugungsflüstern aber genauso spielen wie vorgesehen, denn daraus bezieht es seinen Hauptreiz. Auch dann ist es nur wirklich sinnvoll, wenn die Helden sich bereits im Kampf gegen Gloranier hervorgetan haben und am besten noch eine persönliche Fehde mit dem Eisreich haben. Sie sollten in ihrer Jugend Sumus Blut erlebt haben oder in jüngerer Zeit Pavi befreit. Am seltsamen Finale lässt sich Metaplot-bedingt leider nicht viel umschreiben. Die Illus sind sehr gut, die Texte fehlerfrei und meist sehr angenehm zu lesen. Ein Gesamturteil fällt uns tatsächlich schwer. Wir würden dem Org-Part 8 und dem Menschenpart 5 Punkte geben und kämen somit auf 6,5 von 10 Punkten. Man kann aber auch mehr aus dem Abenteuer machen als diese Wertung suggeriert, aber es wird einige Mühe kosten. Ähm, ja, vom Gewicht her recht angenehm. Uff, ja. Naja, gut. Ich glaube, wir gucken uns mal den Stephen King an. Das ist von Stephen King Der dunkle Turm, der Mann in Schwarz. Ich gehe mal davon aus, dem einen oder anderen dürfte das was sagen, mir nicht. Die Comicserie zu Stephen Kings Mammutzyklus um den dunklen Turm läuft schon seit einigen Jahren, wird von uns emsig gesammelt und war bisher noch nie Thema dieser Sendung. Das ändern wir heute, denn es ist ein neuer Teil auf Deutsch erschienen, Der Mann in Schwarz. Vielleicht kennt ihr das Zitat, Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm dieser Satz fast weite Teile der Handlung schon zusammen. Die Comicserie begann als Prolog zu Kings Epos, hat ihn aber mittlerweile eingeholt und erzählt inzwischen die Handlung des ersten Buchs nach. Und darum geht's. In einer Art Parallelwelt leben die Menschen in einer Mischung aus Wild-West-Setting, Arthus-Legende und Postapokalypse, komplett mit Strahlungsmutanten und Hinterlassenschaften einer hochtechnisierten Kultur. Hier herrscht Krieg und die Schergen einer satanischen Macht, wie sie in fast allen von Kings Büchern als Konstante auftaucht, bedrohen das aufrechte Königreich Geliad und seine ehrenhaften Revolvermänner, unterstützt durch den enigmatischen und intriganten Magier Martin Broadclaw, den Mann in Schwarz. In den ersten Comicbänden geht das alles den Bach runter, und die Kindheit unseres Helden Roland wird abrupt beendet, als er sich aufmacht, Martin für seine Missetaten zur Strecke zu bringen und den Tod all seiner Freunde und Verwandten und generell von jedem, den er kennt, zu rächen. Seine Suche ist voll von Einsamkeit und Tod und gruseligen Entdeckungen in der schrägen Welt des Dunklen Turms, die der Leser gemeinsam mit Roland erforscht und deren seltsame Regeln, Beschaffenheit und Entstehungsgeschichte immer wichtiger für die Story werden. Jetzt im zehnten Band sind wir an dem Punkt angekommen, an dem Roland sein erstes Tier so gut wie erreicht hat, er muss jedoch ein letztes großes Opfer bringen und die Antworten, die er vom Mann in Schwarz erhält, werden ziemlich mindblowing sein. Stephen King sagt, dieser Zyklus sei sein wichtigstes Werk und die Autoren und Künstler der Comicreihe haben alles getan, um das auch zu würdigen. Im Verlauf der Reihe wechselt zwar der Zeichner, worunter die Optik auch etwas leidet, jedoch nicht allzu sehr. Die Texte bleiben auf die kingsche Art poetisch derb und in Kombinationen steht eine extrem dichte Atmosphäre, die eine ungeheure Sogwirkung entfaltet. So simpel die Story klingt, so spannend ist sie hier auch umgesetzt und der finstere Zauber von Midwelt wird perfekt transportiert. Egal, ob ihr die Bücher gelesen habt oder nicht, diese Comics sind sehr zu empfehlen. Die gesamte Reihe enthält neun von zehn möglichen Punkten von uns. Aber zumindest scheint es um Cowboys zu gehen und das ist ja schon mal die halbe Miete. Cowboys und Indianer kommen immer gut an. Außer es ist vielleicht der Lone Ranger und da war man geteilter Meinung. Aber das tut hier nichts zur Sache. Und dann haben wir noch Mass Effect Foundation, Teil 1 im Auftrag von Cerberus. Ja, es basiert natürlich auf der fantastischen Spielereihe, mit teilweise recht fragwürdigen Enden, aber ich glaube, das kann der Comic ohne Probleme ausmerzen. Endlich mal wieder ein Mass Effect Comic. Foundation versetzt uns in die Zeit vor der Spiele-Trilogie bzw. in Storys, die parallel zu Teil 1 der Sci-Fi-Reihe von Bioware spielen. Wir lernen eine neue Protagonistin kennen, eine Agentin von Cerberus und erfahren in relativ unzusammenhängenden Geschichten einiges über ihren Arbeitsalltag und ihre Origin-Story. Dabei werden noch Vorgeschichten von Ashley, Rex und Caden beleuchtet und zum ersten Mal sehen wir in einem Comic auch Shepard. Unnötigerweise, denn bisher konnte man sich durch diese Aussparung vorstellen, dass es sich um den oder die selbst generierte Shepard handelt. Jetzt bekommen wir die Standardfresse von den Covern vorgesetzt. Die Storys in diesem Band sind alle ein wenig belanglos, ergeben bisher keine wirklich zusammenhängende größere Geschichte und zeigen vieles aus einer neuen Perspektive, das wir eigentlich schon kennen. Sie sind teils recht wieder erzählt und inszeniert und auch nicht umwerfend gezeichnet. Von allen Mass Effect Comics ist Foundation daher leider der Schwächste und wer ihn verpasst, dem entgeht eigentlich nicht viel. Das mag sich mit weiteren Episoden noch ändern, aber Foundation 1 bekommt von uns erstmal 5 von 10 Punkten. Wie viele Seiten kann ich jetzt auch spontan nicht sagen, denn man hat zwar mit Farben nicht gegeizt, dafür fehlen die Seitenzahlen. Also eine variable Anzahl von Seiten, vielleicht ist es auch ein Buch, das man selbst ausfüllen muss. Äh, ja. Ja? Entschuldigung. Was? Nein, ich hab's doch noch hier. Dankeschön. Frauこんにちは. Vielen Dank.